Hallo und herzlich willkommen bei RaiderCampbell. Ich bin heute wieder auf die Jagen nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel RaiderOrigin. Ich werde jetzt mal starten und voll mit drei machen. Ich habe probiert meine Accounts zu finden, irgendeinem von den ganzen Jagen. Also meinen Account habe ich gefunden, aber ich finde nicht die Charaktere. Und das ist halt mein Account, der Facebook-Account 33173527. Und einer meiner ersten Charaktere ist normal auf dem Server S545. Aber ich finde da nichts. Ja, leider. Was passiert, wenn ich einen Quickstart machen? Auch nicht. Also spiele ich das Spiel ganz normal. Ich starte jetzt Quickstart. Quickstart und starten. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt wieder machen. Und wobei ist der Unterschied zwischen Quickstart und einem normalen Start? Das weiß ich nicht. Das weiß ich gleich nicht. Okay. 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 das Spiel wie immer gestartet und erstmal schnell ein bisschen spielen so Jetzt habe ich es auf die Uhr geschraubt, wie spät es ist. Damit ich weiß wie lange ich rumspiele. Zack, zack, ein Schlag weg ist er. Jetzt habe ich es auf die Uhr geschraubt. 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 m ja, egal ja, und jetzt werden wir uns halt weiter und weiter durchschlagen euch das spiel und dann und dann und dann dann und dann Watt Kilometer, sonst mach ich gleich eine Quest kaputt Woher wusste ich das? Später, oder? Eigentlich schon hab ich Zeit um ihn zu besiegen Super Meine Flügel, mein Pferd, alle vermannt Ich denke mal Das wird doch bestimmt Das wird schon nehmt Das ist gut Na gut Nur mal bekomme ich mal die Nachricht, wenn man das fertig hat Nix gekriegt Ich schau mal einfach Ich schau mal einfach Für Raiders Origin Ich hoffe euch hat's gefallen Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid Bis dann wünsche ich euch viel Spaß Und auf Wiedersehen Ciao Ciao